Oeeeeee! Nein! Ja Mann, Hall in One! Das kann nicht sein! Doch, Hall in One! Easy peasy! Sursi hat doch geübt! Ja klar! Nein! Skywalker hat mich geschubst, aber ich komm trotzdem rein! Das kann doch nicht sein! So, Runde ist vorbei, Leute! Haha! Skywalker hat als Anzug hat 3 gebraucht! Sursi! Ui! Ah, das war zu weit! Und 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 und! Okay, ich warte jetzt! Nein, der hat mich rausgeschubst! Ich warte jetzt hier! Danke! Wow! Alter, wie Sursi jetzt schon die zweite Runde? Sursi liegt vorne einfach! Aber nur, nicht doch, ja so, ist genau so, Ele! Das kann nicht sein, hier stimmt das nicht! Hä? Ja, einfach so! Mehr Schwung! Einfach mehr Schwung, Elef! Ja, einfach ganz leicht hitten, bloß, dass wir so langsam kommen! Ich hab so das Gefühl, das war wirklich schon die Aufwärmrunde! Ja! Also, Ele, wo schwach wird das nichts! Hoppa! Ha, 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 ha! 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 Ha, ha! Und Ele braucht 6 Schläge dafür! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Und jetzt ist Ele auf dem letzten! Und Cersei auf dem ersten! Was ist da los? Keine Ahnung! Nein! Nein! Gut! Kann ich sehen! Ja, Mist! Ich dachte, ich komm so rüber! Piu! Zwei Schläge! Was? Da kann doch was nicht stimmen! Ja! Ich hecke! Okay! Das Gefühl hat man wirklich! Ja! Ich glaube, du musst rein! Boah! Schade! Schön gemacht! Break schön gemacht! Der hat mich beinahe noch berührt! Aber irgendwie schlägt man den nicht so weit nach vorne! Ja, das war nicht meine Runde! Okay! YOLO! Fuck! Scheiße! Nein! Zu wenig Schwung! Das versuchen wir! Zu viel! Ey! Aus der Bahn! Ey! Was? Nein! Wo bin ich? Uuuuun! Yippie! Drück einfach R! Nein! Oh! So knapp! Nein! Scheiße! Zu wenig Schwung! Nein! Das kann doch nicht sein! Ha! Ich bin oben! Ich bin drin! Ich tue schon fast vollen Schwung machen, ey! Ehe beim Elf-Beschlag! Ich muss es zweimal zurücksetzen! Oh, CerCes Position Nummer 1 ist auf jeden Fall gefährdet, jetzt! Es ist noch so lächerlich! Es ist lächerlich! Es ist lächerlich! So, sie könnte seinen Vorsprung gerade an Skywalker einbüsten! Es ist so lächerlich! Sersi hat seinen Vorsprung eingebüßt. Es sind halt schwere Maps dabei. Wie? An den Seiten sind Wände. Versuch die Wände zu treffen. Und schon ist Sersi auf dem dritten Platz gelandet. Ja, easy. Ich hasse das einfach. Kein Problem. Der alte Sersi ist zurück. Nein! Nein! Wie kann man denn so schlecht sein? Wenn er zu weit ist, was wir noch auf dem letzten Platz landen. Immerhin ist er oben. Na immerhin, nach 18 Schlägen hat er es dann auch mal geschafft. Und der ist immer noch veredelt tatsächlich. LOL! Megaabkürzungen. Wie? Ja, ihm ist 2. Er schießt doch der Ezer. Ich bin halt gegen das Ding gekommen. Was? Ich hasse das. Nein! Ah, fuck. Nein! Nein! Ich fahr jetzt einfach hier ab. Vielleicht wird mich hier jemand reinschubsen. Zweifel ich sehr. Ach, Mist. Ich habe immer hofft, dass irgendjemand reinhaut. Ja, ey. Man kann ja mal hoffen. Dass doch irgendjemand kommt, der dann genau auf diese Bahn muss. Was? Wie kann man denn das so vertacken? Oh, wie bin ich ein Erster geworden plötzlich? Ich weiß nicht. Ja! Was war da doch zu viel des Guten? Wie kann ich da runterrutschen? Brick, rutsch nach vorne. Nein, der war im Weg. Ui, drei Schläge. Ui. Ah Mist. Ui. Wo ist denn jetzt? Achso, Edi ist schon drin. Ja, natürlich. Wo ist das Ziel überhaupt? Da hinten. Ah, ich hatte sogar gehofft, ne? Boah, das war knapp. So, volle Pulle. Ja, volle Pulle. Aufhauen. Ganz schön gehabt, das hätte ich diesmal. Ja. Na Mist. Krieg, warum geht es zu mir? Ich weiß es. Wenn ich es vorstehe, ich sage, ich raste aus. Na klar, stehe ich vor so einem Scheiß-Teil. Hier freut es mich doch, verfickt noch mal verarschen, oder? So lächerlich. So lächerlich. Hallo, Cersei. Hau, hau ihn weg. Wie wollte ich, wenn ich einlaufen kann? Ja, gute Frage. Das hat für Cersei so gut angefangen. Early-Game bin ich gut. Der Early-Game ist auch nicht schwer. Wieso? Hallo? Nein. Hallo, Cersei. Wieso kriege ich bei einem hohlen One auch die Errungenschaft Birdie? Ja, habe ich auch bekommen. Ja, weil du ein Vogel bist. Weil Birdie immer eins unter Paar ist. Und bei dem ist halt Paar zwei. Der freut mich doch verfickt noch mal. Skywalker, wo willst du hin? Es ist so lächerlich. Skywalker, da ist nicht das Loch. Scheiß verfickte Schiene. Nicht ins Ziel anscheinend, ne? Ja, das Gefühl habe ich aber auch. Da ist nicht das Loch, Skywalker. Das habe ich dir schon zehnmal gesagt. Hey. Der versucht es auch immer wieder. Fliegt da direkt rein. Natürlich bist du nicht lau. Beim siebten Versuch hast du dann auch mal geklappt. Wieso bin ich hier eigentlich immer von diesem Scheiß-Eis weggehauen will? Oh, Skywalker hat uns zuerst diesen Gleichstand. Oh. Oh. Da war eine Brücke. Ah, Mist. Was? Danke. Nein! Es hört vollkommen aus. Ja, Mist. Nein! Ich krieg's nicht hin. Na, ich dachte schon. Hey. Äh, was sollte das denn? Hey. Was sagst du vor, Skywalker? Ja, ich meine, beim achten Versuch habe ich da auch mal reingeschafft. Was? Ehe, der ist auf dem ersten Platz wieder. Ja, easy. Das geht nicht. Alles so tryhards. Ja, aber echt. Da sagt man Skywalker aus Wirt und Hass. Oh. Jetzt machst du ernst. Na ja, fast. Wie, ich mache ernst. Ich spiele das Töten zum Spaß. Das macht er doch nicht ernst. Kein letzter Platz. Sag mal, wie hat's jetzt in drei Schläge geschafft? Ich bin einfach gut. Lol. Easy drüber gesprungen, ne? Ich auch. Da ist ne Rampe. Ja, lol. Als ob. Das habe ich wirklich nicht gesehen, der Shit. Boah. Ja, Mist. Was mache ich denn hier? Keine Ahnung. Hier, Skywalker, ich helfe dir. Oh, danke. Man muss sich unterstützen. Ja, ich helfe dir. Du helfst dir. Hallo, ihr seid noch. Ah, Mist. Vielen Dank, Brick. Ja, bitte doch. Oh. Das werde ich nicht vergessen. Das hoffe ich doch. Du hast dich überholt. Brick, du hast dich überholt. Wie hast du das denn geschafft? Was? Alter, was? Okay, das bedarf. Vollschlag. Nee, Vollschlag ist nicht so effektiv. Na. Let's go. Warte, Brick, warte, Brick. Ja, ich bin hier doch reingekommen. Ich wollte den Gefallen erwidern. Ja, das hat leider nicht geklappt. Das ist natürlich bitter. Richtig bitter, ey. Das wird ein ziemlich knappes Rennen diesmal. Äh? Oh. Nein. Doch. Nein. Nein. Doch. Nein. Das bist du doch verarscht, diese Scheiße, ey. Ach. So knapp, ey. Das ist aber Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist aber echt so Kopf-an-Kopf-Rennen, ne? Die ersten drei sind bei einem Punkt, jemals vom anderen ein Unterschied nur. Äh. Äh. Okay. Wie sieht denn diese Map überhaupt aus? Nein. Aha. Äh. Mann. Mann, ey, ist so lächerlich. Nein. Hui. Ah, Mist. Ah. Nein, was ist, war doch... Nö. Oh. Was? Das war Probe-Boost. Damit hast du den Gefallen, glaube ich, erwidert. Bitte nicht, Digga. Wenn ich da jetzt rein... Ja, na klar. Na klar, komm hier, die schlimmste Stelle, die es gibt. E-U-S, ey. Die schlimmste Stelle, die E-U-S, ey. Wer weiß, wie das verfickt, noch mal verarschen. So muss man Golf spielen. Ja, so spielt man Golf. So lächerlich, ey. Ganz großer Sport. Das ist so viel, ey. Also dieses Rennen wäre aber wirklich immer noch knapp. Oh, ich habe 80. Mike. Ich kann aber nicht schlagen, oder? Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüoh. Meist mir taka, der Skywalker. Nein, oder? Das ist so das ultimative Hass-Level. Oh je! Oh je! Billard-Schwan sozusagen! Ich bin gut erster! Das ist aber so knapp wie irgend möglich, ne? Da kann sich doch alles ändern, Ele. Der Cersei könnte noch gewinnen. Na gut, Skywalker eher nicht mehr, außer wir stellen uns jetzt alles selten beim letzten Level an oder so. Alle machen genauso, wie ich es immer mache. Ja, und Skywalker macht dann irgendwie mit einem Schlag rein. Ah Mist. Glocke ich mal aufhören. Ah, was mache ich denn hier? Drei. Vier. Kriegt ihr das in so wenigen hin? Äh. Äh, break. Falsche Richtung. Hä, wo ist das? Ach, da! Du hast doch gesehen. Ne. Das ist selten dämlich. Ich dachte irgendwie, man muss da nochmal durch. Du hast doch direkt aufs Loch geguckt. Ja. Ne, ich hab irgendwie, ich hab daran vorbeigeguckt. Wie kann man so eine große Flagge übersehen? Ja, die war hinter einem Baum. Ich glaube nicht, ich bin Zweiter. Wie kann ich Zweiter sein? Ja, das weiß ich nicht. Wo müssen wir hin? Gar nicht. Nach hinten. Was? Nach hinten? Ah Mist. Ach so, man muss da rein, sag's doch gleich. Schade. So ein kleiner Hund mit dieses Drecks. So ein Dreckschwein. Ich weiß. Ah Mist. Nein, ich weiß doch verarscht. Ja, das Spiel hier. Hallo, versettet dich mal. Ach nö. Ach nö. Ach nee. was ist das erst so von dir und wird schlagen zu sie einfach weg so lächerlich sagt was macht ihr da das hilft dir aber ich weiß ich weiß aber ihm auch nicht was wird das wenn es fertig ist auch mal lächerlich jetzt schießt er dran vorbei ok wenn ich jetzt das noch 22 versuche braucht 8 uhr ok man sollte nicht ganz fest so nicht scheiße man muss bis ganz nach hinten ich bin hier beim anderen feld warum bin ich am anfang er muss bis ganz nach hinten schlagen nein bruder wer denkt sich sowas aus das ist möglich ich habe es geschafft ja ja wie hast du es geschafft richtige geschwindigkeit bin einmal gebaut dann hinten abgeprallt ja fast ja perfekt immer in sechs schlägen habe ich da doch noch reingekriegt ihr wollt mich doch verarschen der ist so verfickt noch mal lächerlich das wird ein knappes rennt um platz 2 das ist maximal bitter mit einem punkt am dritten gelandet